Teil 6 Rocksk, Freitag, 21 Uhr Die Wohnungstür fiel ins Schloss. Green und Blue transformierten. Sie grüßten mit einem Nicken, gingen aufeinander zu und kommunizierten wortlos. Lange hielt Raymond das nicht aus. Hallo, wir sind auch noch da, unterbrach er das Wiedersehen ungeduldig. Green wandte sich ihnen zu. Es wird ja auch langsam Zeit. Ich dachte schon, ihr kriegt es nie auf die Reihe, dass wir mal unter uns sind. Wir haben versucht, nicht aufzufallen. Von wegen grünem Leuchten und so, erwiderte Chrissy leicht gereizt. Ach das. Green schob ihre Bemerkung mit einer wegwerfenden Handbewegung zur Seite. Kann passieren. Blue und ich haben eine Präsentation vorbereitet. Wie ihr das hier gewohnt seid. Sie veranschaulicht unsere Geschichte bestens. Seht sie euch an. Danach beantworten wir alle Fragen. Präsentation. Bescheuert. Wie in der Schule. Chrissy hatte etwas Spacigeres erwartet und zog die Nase kraus. Wir brauchen allerdings einen Laptop oder Rechner. Green schaute Raymond erwartungsvoll an. Naja, meine alte Kiste ist ziemlich lahm. Aber drüben ist der ausrangierte Laptop von Charles. Der tut's wohl für eure Präsentation, sagte Raymond und holte ihn. Chrissy konnte die Scromax zum ersten Mal in aller Ruhe betrachten. Sie waren schlank und durchtrainiert. Ihre leichten Körper umgab ein Hauch von Transparenz, ohne dass sie im Mindesten durchsichtig waren. Die flinken Bewegungen wirkten elegant und mühelos, als zeige die Schwerkraft bei ihnen keinerlei Wirkung. Chrissy konnte zu ihrem Leidwesen keine spitzen Elbenohren oder andere schräge Macken entdecken. Eigentlich schade. Allerdings war die Farbenpracht ihrer Körper krass genug. Blues leuchtendes Indigo-Blau und das satte Meergrün von Green. Raymond fuhr den Toshiba hoch. Wir organisieren die Show aus dem Cyberspace. Beide Scromax glitten in den Monitor. Ein Fenster poppte auf. Nur Text. Schwarzer Screen, magentafarbene Schrift. Die Zeilen scrollten langsam nach oben. Der Text wurde von einer elektronisch generierten Stimme vorgetragen. Eliten auf VROXG. Transmex-Förderung und Transmex-Ausbildung. Antworten auf immer wieder gestellte Fragen. 1. Wann finden die Einstufungstests statt? Bei der Einschulung werden die vier Periodiken Scromax getestet. Hier findet eine unwiderrufliche Auslese statt. Besondere Fähigkeiten werden so von Anfang an entdeckt, gefördert und geschult. 2. Wie sind die Zulassungsvoraussetzungen? In diese Kategorie kommen nur Scromax, die eine komplette Materieumwandlung von Beginn an beherrschen. Mindestanforderung, alle Körperfragmente müssen Transmex sein. 3. Wo findet die Ausbildung statt? Die Elite-Schüler werden in einer separaten Institution untergebracht und dort von hochrangigen Spezialisten für wichtige Aufgaben auf ROXG vorbereitet. 4. Wie ist die Gruppenstärke? Scromax mit besonderer Transmex-Begabung werden in Kleinsteinheiten zumeist drei Schüler eingeteilt. Sie bleiben die ganze Ausbildungszeit zusammen und arbeiten oft ein Leben lang im gleichen Team. 5. Welche Fähigkeiten werden erworben? Periodenlanges Training und individuelle Förderung bringt einige Hochbegabte zu beachtenswerten Leistungen. Alle beherrschen am Ende der Ausbildung die Fähigkeit, in die Grundelemente zu transmexken. Aber nur wenige beherrschen am Ende die Fertigkeit, ihre Materie in komprimierten Formen zu konzentrieren. Eine neue Seite poppte auf. Order Stufe 2 Priorität 1 An Elite Transmex-Institut Das Department für Dimensionenforschung ordert zum Arbeitseinsatz folgende Einheit. B. TOXG G. Ramtrex und L. Ortrex Der Arbeitseinsatz beginnt sofort und ist ohne zeitliche Begrenzung. Gezeichnet Z. Zumex Die Schrift verschwamm. Das Bild eines Vorlesungssaals wurde eingeblendet und wuchs aus dem Monitor in den Raum. Es war die 3D-Darstellung eines Chemiesaals im Puppenstubenformat. Raymond strich mit dem Zeigefinger durch das Bild. Null Widerstand. War das ein Hologramm? Die Tür ging auf. Blut trat ein. Sie trug einen blauen Kittel und stellte sich hinter das Pult. Sie räusperte sich. Green, Red und ich sind die drei Elites-Chromex, deren Arbeitseinsatz das Department beantragte. Wir führen durch die Dimensionenforschung außergewöhnliche Experimente durch. Vor einem halben Jahr wagten wir drei einen riskanten Versuch. Bei fast absoluter Niedrigstemperatur transmexten wir gleichzeitig in einen Hochenergiezustand. In euren Ohren klingt das sicher paradox. Was folgte, spielte sich in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit ab. Wir verschmolzen und für einen kurzen Moment war unsere Existenz gelöscht. Kein Raum, keine Zeit, keine Schwerkraft. Das vollkommene Nichts. Der Augenblick verging so schnell, wie er gekommen war, und wir tauchten in gleißendes Licht. Ein Datenfeld glitt vorbei. Wir dockten an. Keiner von uns wusste, wo wir gelandet waren. Wir registrierten befremdliche Informationen und Impulse und lösten uns gerade noch rechtzeitig aus dem Datenpool. Noch einmal bündelten wir die verbliebene Kraft, erreichten die notwendige Symmetrie und tunnelten zurück. Das Transmexken in einem Energiezustand kostet enorm viel Kraft. Unser Experiment verbrauchte fast unsere gesamten Energiereserven. Wir waren einem Zusammenbruch nahe und mussten ein paar Tage regenerieren. Ohne uns vorher abzusprechen, rapportierte keiner, was wirklich passiert war. Wir entschlossen uns, das Experiment zu wiederholen. Offiziell war die Versuchsanordnung etwas anders, aber eigentlich war nur unsere Energieausstattung optimiert. Das zweite Experiment führte zum gleichen Resultat. Nur diesmal verstanden wir, was passierte. Wir tunnelten im Hochenergiezustand durch eine uns unbekannte Dimension in ein anderes Universum. In dem fremden All hatte es Spuren von intelligentem Leben gegeben. Wir suchten und fanden erneut ein Datenfeld. Entgegen allem, was wir im Laufe unserer Erziehung eingetrichtert bekommen hatten, entschlossen wir uns, die Informationen zurückzuhalten. Niemand auf Roxxk sollte davon erfahren. Es war besser im Geheimen, die von uns entdeckte Welt zu erforschen. Die nächsten Wochen wechselten wir, so oft es im Rahmen unserer Experimente unbemeld möglich war, auf eure Ebene. Das Datenfeld, an dem wir bei unserem ersten Mal andockten, war, wie ihr euch denken könnt, euer Internet. Rasch merkten wir, dass wir splitten können. So ging jeder für sich auf Entdeckungsreise. Blue verschränkte die Arme. Es hat allerdings ein bisschen gedauert, bis wir kapierten, dass wir im Internet die ätherische Schicht nur virtuell erforschten. Red kam dem Phänomen auf die Schliche und wurde neugierig auf die reale Welt. Sie wollte Erdluft schnuppern, Menschen kennenlernen, in das Leben tauchen. Green und ich waren strikt dagegen. Uns war das Risiko zu hoch. Green materialisierte und setzte sich schwungvoll auf den Schreibtisch. Das war Teil 6. Scromax. London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de 1. 10. 10. 10. 10. 11.